Wenn ich auf meine Bankkarte gucke, dann denke ich auch manchmal, wer ist das? Ist das meine Karte? Every time I use my bankkarte, it's really a moment of stress for me. Er packt sie mal an, und er schaut sie nach. Und ich dachte, «Si, c'est moi!» «Non, c'est pas vous!» Ich dachte, «Si, c'est moi!» Peinlich, nicht fein, verdrietig, soms auch. Es ist nur das Gefühl, dass ich nicht so wie ich bin. Es fühlt sich sehr falsch an, diese Karte zu benutzen. Und dann sehe ich da meinen alten Namen und kann mich damit einfach nicht identifizieren. Ich weiß aber, dass es meine Karte ist, aber es ist nicht mein Name. Es ist vielleicht ein kleines Dingetje, aber es ist ein sehr großes Ding für Menschen, wie ich. Ich kann mich einfach auspalten. Oh mein Gott! O00h! Ein Lautes Ich bin mein Name. Mein Name ist der wirkliche, der wirkliche, der ich benutze, der mir corresponde.